einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zum heutigen webinar live trading bei fxflat mit torsten hellbeck von forex pro systeme mein name ist nelson cardoso neto und ich begrüße sie im namen von fxflat freue mich dass so früh morgen wieder so viele dabei sind und es kommen immer noch leute rein das ist schön nichtsdestotrotz natürlich einmal den risikohinweis bitte lesen und zur kenntnis nehmen dieses webinar dient nur zu schulungszwecken bitte auf gar keinen fall als anlageberatung oder handelsempfehlung verstehen auch wenn torsten vielleicht den einen oder anderen trade heute macht und denn sie müssen ihre eigene entscheidung treffen ja das ist wichtig gut torsten dann wollen wir loslegen beziehungsweise du ich wünsche ich bin noch nicht fertig mit abschreiben gut ich kann dir den text aber auch so schicken wenn du möchtest kannst du dir das ausdrucken und immer dabei haben und immer lesen wann immer du zeit hast denn es ist wichtig ja und nun jetzt gebe ich dir den bildschirm und dann wirst du uns ganz viele weise dinge erzählen da muss ich drauf könnt ihr was sehen aber jetzt jetzt ja guten morgen erst mal in die runde der ein oder andere hat mir vorhin schon per whatsapp angeschrieben mit einem bild vom schreibtisch mit drei bildschirmen oder vier bildschirmen sogar wenn man den laptop dazu rechnet und darunter geschrieben warten auf den meister hat der carsten vorhin geschrieben per whatsapp sehr schönes bild ich will mit einem anderen bild antworten und sagen ja ich warte auch mein arbeitsplatz ist heute hier der vorletzte tag an dem plätzchen oder an diesem plätzchen hier in süditalien weil jetzt wird schönes wetter und dann werden wir den platz verlassen um den gleich vorne weg zu nehmen über das vergessen ne nelson hat das ja gestern geändert hat den webinar plan geändert wir haben beschlossen am donnerstag abend hier abzureisen das heißt am donnerstag abend das webinar welches in bis jetzt eine liste gefunden habt fällt aus diesem grunde aus mir ist es zu stressig ich hoffe da auf euer verständnis ich hoffe das ist okay so aber jetzt wollen wir mal den bildschirm wechseln damit ich auch die fragen sehen kann mir hat mein lieber nachbar neulich eine schöne neue technik erklärt dass ich nämlich mein telefon als zweiten bildschirm benutzen kann nicht nur als webcam sondern als zweiten bildschirm so und das habe ich jetzt gemacht jetzt muss ich nur noch fragen hier rausholen alles klar okay wir kümmern uns mal ein bisschen um die märkte die teilweise erschreckend sind weil wir ich muss hier mal die fibos rausnehmen ansonsten wird man die total wuschig so wir haben wir starten anders wir wollen ja hauptsächlich euro pro machen und dann gucken wir uns das schon mal an um das ein bisschen einfacher zu gestalten haben die bilder vereinfacht dirk hat uns ja oder eigentlich was mir geschenkt eigentlich eigentlich muss ich darf ich euch das ja nur geben er ist uns ja zum 1.500 webinare mehr das tool geschenkt der kleine liebe dirk wo die an diesen linien wenn man die ein zeichnet hier die marken dann stehen links und dass die sich auch entsprechend einfärben wenn man die oberhalb oder unterhalb vom aktuellen kurs einfügt dass er gestern erwähnt übrigens hat er gestern erwähnt dass das auf auf deine idee war ich hätte schon fast gesagt auf deinen missgewachsen ist aber auf deine idee war ja war es auch weil ich möchte jetzt mal zwei sachen vergleichen und ich werde es in zukunft etwas einfacher machen um auch alle in gänsefüßchen bedienen zu können das schadbild hier ich sage immer ich mache es so einfach wie möglich oder ich halte es so einfach wie möglich weil alle sachen die es komplizierter machen die verwirren unser hirn das ist wie ist das immer eine hübsche angezogene frau für wird ein mehr als eine nicht angezogene hübsche frau das heißt je mehr da ist desto mehr sind wir für wird im kopf und genauso ist es gilt für männer natürlich das gleiche entschuldigung das gleiche ist es hier wir haben hier ein haufen linien drin und so weiter und um das zu vereinfachen die analyse zu vereinfachen werde ich das in zukunft morgens einfach so machen wenn das für euch okay ist gibt mal kurz piep wenn es nicht okay ist sagt auch mal piep ich werde ja trotzdem in den webinaren erklären was wie wo worauf wir kommen auf welche marken wir kommen und warum aber ein klares bild glaube ich für die analyse und analyse webinale glaube ich sind so viel schöner und viel angenehmer das heißt für heute in der kombination schauen wir uns das mal an wir sind im moment in dem short trend unterwegs im stundenchart den wir aber hier mit diesem hoch wenn wir hier bewegung nehmen bewegung dann hier eine korrektur in einer etwas tieferen zeiteinheit gestern leicht angetackert haben und leicht kaputt gemacht haben im moment grob ausgerichtet sieht es aus als wenn wir richtung 1 10 marschieren das heißt wir sollten uns short orientieren was heißt das wenn wir uns jetzt hier short orientieren und dann den markt so sehen wie er jetzt hier ist wir sehen ihn wir haben hier den entry bereich da das ist mein einstiegsbereich in dem ich jetzt eine stabilisierung brauche eine stabilisierung in fünf minuten oder eine umkehr in fünf minuten alles was blau ist das gestalten wir long das heißt da gehen wir nach oben kleinen augenblick mal kurz hier sollten wir nach oben nach oben gehen hier in diesem bereich hier in diesem bereich brauchen wir jetzt eine umkehr formation wir sind hier in fünf minuten chart wenn man fünf minuten chart eine umkehr formation bekommen heißt es wenn wir short orientiert sind zwischen diesen linien gehen wir long als erstes da gehen wir long und aber man sieht wieder ich bin der absolute profi was eine plattform betrifft also als erstes long wenn sich dieses long set up ergibt können wir danach die position wenn die ins ziel laufen sollte könnten wir sie dann hier oben drehen wir haben ja tage zwischendurch jetzt stellen wir uns mal vor wir haben wir wir haben jetzt diese uhrzeit hier sagen wir oder den kurs hier in diesem bereich 11 59 weil um diese zeit ungefähr hier habe ich vorhin die linien eingezeichnet die sich hier ergeben die oben und jungen sind wir hier in diesem bereich dann muss sie mir einen plan für den tag machen und wenn ich mir den plan für den tag mache heißt das für mich wenn wir short orientiert sind diese reihenfolge jetzt bitte für die die euro pro haben die es handeln die auch diese linien haben die auch wissen woher die kommt die vielleicht im seminar mal was gesehen haben davon bitte genau diese reihenfolge wenn wir short orientiert sind dann können wir uns hier unten jetzt eine umkehr suchen diese long handeln das wäre in diesem fall über dieser blauen kerze würde ich mir als erstes ein entry long suchen das heißt bei der 55 ziele liegen dann hier oben im bereich 75 bis 77 wenn wir diese position von hier unten nach oben handeln dann können wir diese position hier oben im ziel drehen das heißt wir könnten hier unten bei der 52 55 long starten wir sind allerdings long der hauptchart ist welche richtung in welche richtung laufen wir den übergeordneten zeiteinheiten im moment wer hat mir zugehört richtig wir sind short unterwegs ganz klar das heißt wenn wir uns hier reinkaufen sollten wer so mutig ist und sich hier einkauft der stellt sich gegen den trend wenn wir uns hier gegen den trend stellen kann man das machen mit einer kleinen position von mir aus eine dritte position ich mach mal meine rechnung auf oder eine ganz stinknormale rechnung so wie ich üblicherweise oder normalerweise handeln wenn ich jetzt mit drei lot handeln will drei lot und habe ein stop von acht punkten dann bin ich bei 240 dollar risiko das heißt euro pro soll ich ja in trend richtung handeln in haupt trend richtung sorry kleiner blick muss mal ganz kurz nein das ist nicht der letzte whisky von gestern abend das ist der erste kaffee von heute früh ist auch nicht der erste whisky von heute früh und der letzte kaffee von gestern abend so das heißt wir stellen uns mit dieser position gegen den trend wir haben den bereich im moment hier von der 55 bis zur 75 also circa 20 punkte das heißt wenn ich dieses set up handeln will um mir dann für die trend richtung ein polster zu schaffen langt das vollkommen wenn ich hier mit einem drittel mit einem drittel meiner positionsgröße arbeite im drittel heißt ich gehe hier mit einem lot hoch ich gehe hier mit einem lot hoch lass das ding nach oben laufen und verschaffe mir dann wenn das so kommen sollte dass hier hochlaufen sollte in diesem bereich ein polster um hier oben dann die position zu drehen oder zu die position zu drehen oder wer das nicht wer sich das nicht traut sollte warten bis er hier shorten kann wir betrachten dazu die übergeordnete zeiteinheit ich bin hier zum stundenscharten wir sehen er läuft jetzt genau dieses tief an da gehen wir jetzt mal noch eine nummer weiter und wir sehen dass wir uns hier in einem widerstandsbereich bewegen der durch diese lund die hier verursacht ist also in dem bereich hier 57 bis 36 in diesem 20 punkte bereich bewegen wir uns in einem extremen widerstandsbereich da wir ja viel theorie heute ne so da wir diese nummer hier diese aufwärtsbewegung die ihr hier gemacht habt hier um 61 prozent korrigiert haben in vier stunden und der rücklauf fast in diesem bereich geendet ist und danach hier ein doppeltopf verursacht hat allerdings ja um das ganze ding zu die 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 gedanken wieder an die andere richtung zu lenken sehen wir hier wir haben hier ein hoch wir haben hier ein zweites hoch und das zweite hoch ist niedriger als das erste das sagt uns wieder wir haben dort auch die die überwiegen die nach unten wollen das heißt da haben genug freiwillig geschortet so wie kann sowas dann aussehen ich habe das mal von gestern ebenfalls gemacht dann haben wir gesagt okay wir haben hier den bereich unten wir hatten gestern unten den bereich bei der 48 wenn er die 48 anläuft dann nach oben laufen lassen und hier oben diese position drehen wenn er hier oben diese position wenn er hier unten nicht zuerst anläuft also er sollte schon diesen bereich an laufen sondern wenn er zuerst diesen bereich hier oben anläuft und dann runter geht dann wird hier unten nicht gedreht sondern dann wird die position laufen gelassen das heißt wir müssen diese position ja immer aus zwei blickwinkeln betrachten ist das nachvollziehbar bisher ich frage lieber mal nach ich habe so neulich muss ein bisschen kritik gekriegt dass ich zu schnell bin und dass man mir gar nicht folgen kann ok also nochmal an dem beispiel von gestern ist es schön zu sehen und diese linien zeichne ich mir morgens ein morgens ist mein setup klar gestern hieß es für mich laufen wir erst hier runter in den bereich 48 dann kann ich hochlaufen bis an die 71 und hier im 71er bereich diese position mit einem limit pullback reverse befehl dazu kann ich das ding drehen läuft er erst nach oben wird nur geschortet so haben wir auch gemacht tagesziel war damit drin die position sind jetzt zu im euro habe ich keine positionen laufen im moment so das ganze spiel für heute zu sehen wie gesagt wenn wir unten eine umkehrformation kriegen dann können wir hier longen so und genau das gleiche deswegen zeichne ich mir die pfeile auch in dieser reihenfolge ein da so wir haben diese kerze jetzt über boten also market so stop unter dieses tief nicht so weit nachlaufen ist tief betrachten beachten so das reicht fünf punkte stop 20 punkte take profit die frage stellt sich jetzt mache ich das mit dem take profit nein das tue ich nicht sondern ich lege hier oben eine short limit hin mit dem reverse befehl das heißt im moment ist es so dass meine position so wie ich sie haben wollte hier ist der linienbereich da will ich rein er hat mir hier diese umkehr kerze gebastelt wenn diese kerze die hier oben noch eine glatze hat wenn die nach oben verletzt wird muss ich rein ich bin jetzt market reingegangen weil der kurs schon über dem hoch war normalerweise legt man sich dann da eine long stop hin das habe ich nicht geschafft deswegen habe ich die jetzt market hier platziert diese position lasse die nach oben laufen und hier oben in diesem bereich diese limit die kann ich dann bearbeiten sage okay ich habe einen bereich von 75 bis 74 und sage okay eine limit pullback mit zwei punkten rücklauf fertig so und das ganze ding das platziere ich jetzt auf meinem vps und dann ist mein regelwerk für heute fertig so dann kann ich mir gucken wo lege ich wo lege ich mein bitrill stop hin und da sei okay wenn der elf punkte vorne ist dann lasse ich das ding laufen so viel zu dem setup was man hin und her handeln kann aber wir sind ja hier und wollen gucken nach euro pro da ist ja das set up haben wir jetzt fertig das ist der handel nach euro pro und zielbereichen der sl für short liegt im moment bei 5,5 punkten cav von bummelich 4 zu 1 so und dann müssen wir schauen wann darf ich denn nach euro pro handeln als erstes was ich mir nach euro pro kennzeichnen muss ist der bereich bei der 56 bei der 56 da oben drüber so bei der 56 wenn wir da oben drüber sind haben wir einen trend wechsel ab da darf ich eventuell auch über long nachdenken nachdenken überhaupt als erstes wenn ich es aus dem nackten chart mache die hintergrundfarben heißt für mich ich lese aus diesen hintergrundfarben nur wo ist die übergeordnete der übergeordnete chart die übergeordneten händler wo sind die unterwegs in welche richtung sind die unterwegs das sagen mir verschieden gemischte indikationen oder indikator die das aus den übergeordneten zeiten lesen und wir dann sagen okay die sind jetzt long oder short unterwegs im moment sind die noch short unterwegs das könnte sich gleich in den neutralen bereich bewegen was mache ich jetzt mit euro pro mit euro pro muss ich jetzt warten bis ich hier oben bin hier oben drüber über diese blauen kerze also über der 1s 56 gerundet ich muss über die 56 zu kommen und dann erst die korrektur abwarten um dann mir dort eine long position nach euro pro gönnen zu können so lange muss ich warten da wir aber übergeordnete da wir bei euro pro sagen welche richtung handelt der markt wir wollen ja in trend richtung unterwegs sein und nicht dagegen und sagen welche richtung geht der markt müssen wir warten bis wir ein sauberes short set up haben und sauberes short set up kriegen erst dann wenn wir uns in fünf minuten chart in der korrektur bewegen und in der sind wir gerade man jetzt das heißt wir haben bis jetzt heute morgen nur die chance hier nach meinen set ups nach meinen zielbereichen gegen den haupt trend long zu handeln und die position da oben zu drehen das hier heißt aber auch wie gesagt die kleine position mit drittel position und enge stops gegen den trend enge stops und kleinere position mit dem trend alles was muttis sparbuch her gibt und zur not ein paar schuhe von der frau verkaufen kann ja auch mal helfen gut kommt drauf an wie sie riechen so sind hierzu zu diesem set up im moment fragen hier brauchen wir im moment nicht so viel auseinander pflücken wenn ein euro pro set up dazu kommt ändert sich doch auch das stop management das stop management ändert sich dann wenn wir jetzt nach euro pro ein long set up dazu kriegen sollten nach euro pro dann können wir wenn wir diese nummer hier unten gestartet haben nur dann aufstocken wenn unser stop management das auch zulässt das heißt wir müssen ja nehmen wir mal ein beispiel dass wir vielleicht hier oben ich panne immer im weg hier sagen wir kommen hier oben in diesem bereich bei der 61 in den genuss dass wir hier aufstocken können den entry hier unten den entry unten haben wir jetzt bei der 54 bei der 61 kommen wir dazu 61 und 54 sind sieben punkte das heißt wenn wir die position hier oben aufstocken verdoppeln sollten haben wir einen einstieg von 57 5 ich lege da jetzt einfach mal eine linie hin ich lege da jetzt einfach mal eine linie hin das war jetzt nicht gut 57 5 so und die mache ich jetzt mal sind der damen anwesend ne mach ich die mal pink so dann hätten wir einen durchschnittseinstieg da das heißt wir müssten zum aufstocken in der lage sein den stop für die gesamtposition hier schon break even zu ziehen dann ändert sich selbstverständlich das stop management weil dann habe ich auch nur noch drei oder vier punkte stop für die gesamtposition das heißt wenn ich hier oben jetzt in den oberen trend wechsel hier irgendwo in diesem bereich handeln würde muss ich in der lage sein mein stop hier für die gesamtposition auch hier auf break even zu ziehen ansonsten kann ich noch nicht aufstocken vom aufstocken gegen den trend ja muss man schon wie sagt unser cast immer so schön muss man schon eier in der hose haben dicke eier in der hose haben um diese nummer auch zu handeln also gegen den trend gegen den gegen alles irgendwo die nummer aufzustocken ist schon mutig ich für meinen teil würde erst aufstocken wenn ich hier oben über der 67 bin da oben würde ich vielleicht aufstocken und dann den stop schon mal ein stück in den gewinn ziehen um ihren teil zu sichern hier hier oben schon hier hier in diesem bereich nachher schon aufzustocken ist mutig wann exakt wird eine short position mit dem haupt trend eingegangen ja regelwerk euro pro ne regelwerk euro pro wenn wir hier so lange nicht am ende lass erstmal nach laufendes tief durchlaufen nach regelwerk euro pro brauchen wir in fünf minuten eine korrektur und diese korrektur haben wir noch nicht im moment marschiert das ding ja hier von der 66 kommend bis hier unten marschiert er stramm durch wir brauchen eine korrektur dann hätten wir das nach euro pro und ansonsten short an diesen marken die wir hier oben eingezeichnet haben die können wir ja sehen zwischen der 75 und der 77 zwischen der 75 und der 77 würde ich es heute bevorzugen zu shorten und auch hier oben in diesem bereich wenn wir hier oben anlaufen 75 bis 77 in diesem bereich anlaufen haben wir eine long trend definition in fünf minuten bin ich mir ziemlich sicher eine long trend definition das heißt wir würden uns auch da dann gegen den übergeordneten trend stellen das heißt wir lassen hochlaufen an die 75 77 warten hier auf eine umkehr formation starten mit einer kleinen position und die nächste korrektur nutzen wir dann hier um aufzustocken volle granate müsste die nicht 0,02 sein nein ich habe hier einen reverse befehl drinnen die dreht automatisch olaf ich habe diese positionsgröße auch nur gewählt um es hier mal zu demonstrieren 0,02 das ist wie demo oder wie ein porno im radio und es spielt auch keine rolle wann das passiert zum beispiel gestern um 17 uhr nein das spielt gar keine rolle wann das passiert das hier ist mal der handel nach meinen zielbereichen peter r der handel nach meinen zielbereichen die ich mir erarbeitet habe und die judia am montag anschauen kannst in lohr ne ich glaube wir sehen uns am montag richtig dann dann bring diese frage bitte noch mal mit bring ein bild mit und dann pflücken wir das am montag in lohr noch einmal auseinander für die die hier jetzt gäste sind am montag machen wir ein auffrischungsseminar express seminar ein tagesseminar in lohr im trader hotel in lohr für 250 euro ein tag von morgens um halb neun ungefähr also ich bin aber acht im hotel von halb neun bis namras um halb vier vier ein tag euro pro satt euro pro und zielbereiche satt wir stehen rede und antwort bis zum abwinken solche sachen solche fragen bitte mitbringen peter du warst bei mir im seminar bringen wenn sowas unklar ist bitte mit dann schauen wir uns das im lohr an sind auch noch ich habe mit dem hotel gesprochen die haben noch ein bisschen platz also wer möchte kann uns gerne eine mail schicken kann da gerne hinkommen sache die frage von dir stelle ich mal zurück aus dem alleinigen grund dass ich dich zweimal über facebook angeschrieben habe und von dir bisher keine antwort habe ich habe zwar die anfragen in den verschiedenen facebook gruppen von dir ich habe dich zweimal angeschrieben ich habe keine antwort deine frage stelle ich aus diesem grund auch zurück ja hubert ich habe gesehen dass du am vierten nicht kannst alternative genau wer jetzt nicht ins trader hotel möchte am montag der kann auch am vierten juni ins hotel rohpeter nach göttingen kommen dort wiederholen wir mein lieber thomas wir packen die limits wir packen die limits ja immer etwas tiefer oder etwas höher immer 12 thomas r aus berlin immer ein zwei punkte von den zielbereichen weg ok hier das ding läuft brauche dass keine großen gedanken machen wir werden gleich ballern hören wenn meine position rausfliegt mit dem risiko muss man leben wenn man sich gegen den trend stellt es kann aber auch gleich eine fürchterliche rutsche nach oben geben weil wir haben hier gestern auch das tagestief von gestern und wir haben noch hier die linie von gestern noch die noch nicht abgearbeitet was heißt die die hier geschautet haben gestern in diesem bereich die sind ja noch nicht im ziel den ihre limits liegen ja da das heißt das kann durchaus bis da runter gehen was haben wir gesagt da hat schon geballert ok aber mit 5,5 punkten und einer dritte positionsgröße kann man sowas verkraften und jetzt sind die jungs von gestern die hier nämlich geschautet haben auch wenn das gestern abend war die die hier gestern geschautet haben bei der ja ich habe hier das update noch nicht installiert warum nicht also wir haben gestern ja bei der 71 72 geschautet und die sind jetzt genau ins ziel gelaufen bei der 48 und jetzt kann es auch zurückballern genauso wollten wir dann haben das ist der zieleinlauf von gestern gewesen im euro ja ich habe hier das update noch nicht installiert weil wir sind hier auf meinem server auf meinem vps und dort installiere ich das ist mein handels chart mein haupt handels chart und dort installiere ich noch keine beta version und diese linien dass man die ein ein zeichnen kann und hier die werte angezeigt werden so wie dirk dass er gestern erklärt hat wenn sie mir gerade erzählt hat werden dann hier die werte angezeigt ich habe es jetzt durchgezeichnet ihr seht die werte von den linien hier rechts oben und unten bei der neuen beta die wir gerade testen sieht man dann die werte schön hier auf der linken seite dann braucht man sich die nicht mehr aussuchen am rande die leute die sich bei uns in den facebook gruppen registrieren wollen und dort anmelden wollen werden in der regel werden in der regel von mir angeschrieben wenn irgendwas unklar sich für die gruppen sauber halten also wenn ihr euch bei uns in den facebook gruppen bewerben möchte oder dabei sein möchte bitte schaltet euren messenger an ansonsten kann ich euch nicht erreichen oder gebt uns eine e mail adresse ansonsten kann ich euch nicht erreichen so jetzt gucken wir uns den jungen mal noch an übergeordnet kann man das hier als eine nicht regelkonforme schulter kopf schulter bezeichnen hätte man das nicht besser bei der stopp setzung berücksichtigen sollen fragt günther jetzt im euro dann gehe ich nochmal zurück dahin nein das hätte ich bei der stopp setzung nicht berücksichtigen sollen weil dann kann ich eins nach dem anderen berücksichtigen eine linie nach der anderen noch eine noch eine noch eine noch eine es kann das nur berücksichtigen bei der größe der position wie gesagt ich stelle mich gegen den trend also will ich mit der kleinen positionsgröße rein so klein wie es irgendwie geht also mit der dritte positionsgröße es hilft ja nichts wenn ich die positionsgröße runter schraube und dafür aber den stopp auch größer mache nein ich stelle mich gegen den trend also muss ich eine kombination kleine position kleinen stopp und dann die ganze geschichte damit bhw bangen hoffen warten so diesen jungen haben wir uns mal angeguckt und unser paolo hat mich mal drauf hingewiesen ob das hier nicht haben wir schon lange vor langer zeit mal drüber gesprochen ob das hier nicht eine sks ist ich will nicht sagen dass es keine ist aber dieses tief hier die der schlusskurs im daily diese nummer hier hat das ganze ding eigentlich außer kraft gesetzt wir dürfen keinen schlusskurs unter der linken schulter kriegen so und wenn man das dann sieht dann trägt diese ganze geschichte diese schulter wenn man diese set up so nimmt dann wäre das ziel hier oben bei der 11.470 wir waren im hoch aber erst bei der 11.400 und 152 das heißt hier werden noch 20 punkte luft und wir haben hier oben noch ein fürchterliches gap ein ein offenes gap in das wir hier ganz sachte eingedrungen sind aber noch nicht geschlossen haben die allein die hoffnung stirbt zuletzt heißt es immer schön gestern bei der meinung wir schließen das gap und gehen dann nach unten dann setzte da aber schon der abverkauf volle granate ein ich habe gesagt ich werde mich im dax etwas zurückhalten so warum warum weil ja die 11.850 hat bisher fürchterlich gehalten auch letzte woche als wir diese nummer gehandelt haben hat die genau gehalten dann sind wir von da aus bis da hoch geschossen gestern dann der abverkauf bis hier runter um am nachmittag gestern bis an die 11.990 61.866 der zwischenboden hier trendbruch hier nicht vollzogen das macht hoffnung da drauf das wäre das wäre das wäre besser sehen kann schieben wir den ganzen kram mal da rüber das wäre das wäre diese bewegung 1 noch duplizieren und die dann eventuell dort hochdrücken und wenn wir die da hochdrücken landen wir knapp unter der 11.5 das heißt wir würden hier in diesem bereich diese nicht ganz regelkonforme sks auflösen und wir hätten auch das gap geschlossen was hier noch lauert und hätten sogar die stops über diesem hoch abgeräumt das heißt hier muss ich diese linie da ein stück verschieben ungefähr dahin und im bereich 12.460 12.470 den schaue ich mir für short position an da dort würde ich äh dort würde ich mir short positionen suchen idealerweise natürlich in der unterstützung mit diesem hoch gap close das hoch cast hat mich gerade darauf hingewiesen das hoch aus 2015 gucken wir uns vielleicht ne mache ich jetzt nicht äh aber das passt 2015 äh und dann die a gleich c vielleicht für die zweite bewegung dann auch abgebrochen hier wenn die stops hier oben gepfischt werden das heißt hier oben in diesem bereich kann es sehr turbulent sehr schnell zu gehen dass er hier vielleicht einmal ganz kurz hoch spiked irgendwelche news dazwischen kommen äh und dann sollten können wir in diesem bereich hier ganz entspannt drehen also hier oben lauert genug was ziehen könnte das hier gestern eine korrektur aus dem ersten move ist normal trend bruch nicht vollzogen allerdings eine einen trend wechsel angedeutet aber hier bin ich jetzt mit short sehr vorsichtig short hier oben volle granate 12 4 50 in diesem bereich fange ich an zu schorten und zu pyramidisieren okay so weit verstanden er soll das geb nicht auf jeden fall zu machen meine liebe burna kine oder mein lieber weiter ich weiß nicht wer von euch beiden da ist aber da wir oder ich davon ausgehe dass wir wenn die 11.850 bricht die hier wenn wir hier unten mit schmackes durchgehen und per tages schluss da unten bleiben tages schluss unter dieser marke die male ich jetzt ganz dick und fett da rein und lasse die auch für die nächsten webinare drin tages schluss dort unten drunter eröffnet potenzial bis zu 8750 diese marke die ist entscheidend tages schluss da drunter noch besser wochenschluss da drunter dann ballert das nach unten durch und da ich meine 60 70 prozent der fälle werden solche großen gaps vorher geschlossen die werden auch benutzt um die optimistischen bären aus dem markt zu kegeln deswegen sagt es könnte sehr schnell gehen dass er hier mal ebenso 300 400 punkte nach oben schießt an einem tag zack da oben schnell abräumt und dann nach unten durch klatscht da muss man sehr schnell sein deswegen sollte man anfangen wenn er sich hier in diesem bereich bewegt 12.3 hier drüber neue hoch macht kann man dran denken hier oben limit pullbacks hin zu packen denkt dran ihr braucht aber minimum 100 punkte stopp auch wenn das beschissen klingt aber von der 12 4 50 12 4 70 12 4 runter bis zur 8 4 sind 4000 punkte minimum 3700 punkte da kann man auch 100 punkte stopp eingehen und nur eine kleine position wählen so und so schnell ist eine dreiviertel stunde rum dann würde ich jetzt vorschlagen wenn fragen da sind dann stellt ihr jetzt oder schweigt für immer bitte vermerkt euch dass wir am äh donnerstagabend das webinar gecancelt haben ich hoffe ihr habt dafür verständnis und seid nicht sauer ähm noch mehr hoffe ich dass ihr vielleicht heute früh ein bisschen was gelernt habt hier dann möchte ich die zeit nutzen in der zeit wo ihr eure fragen hier reinhämmert oder in der nach der kann mich mal die zeit nutzen wir hatten letzte woche donnerstag unser 1500 das webinar die aufzeichnung könnt ihr euch anschauen ich weiß nicht ob nelson die hochgeladen hat hat ich habe sie hochgeladen was kommt diese woche das kommt diese woche okay ein herrliches event es hat spaß gemacht mit äh olli klemm michael vogt auch wenn der der hat ja in 20 minuten reden mehr geschafft als ich in einer stunde schaffe und mein repartoire schon gar nicht so schlecht äh und heiko bären hat uns in die karten gucken lassen olli hat uns in die karten gucken lassen der derk hat uns in die karten gucken lassen war ein geiles event und immerhin ihr seid heute dabei bei der nummer 1500 und eins mit forex pro und mit mir und aufgrund dessen haben wir eine rabattaktion eingeführt wer sich entscheiden sollte bei uns kunde zu werden kann es jetzt nutzen es gibt die euro pro lizenz usw im moment mit 15 prozent rabatt wir haben etliche pakete geschnürt dazu einfach eine e mail schicken an uns an die hallo at forex pro minus systeme punkt de ich schreibe die hier einfach mal rein dann könnte die auch hallo at forex pro minus systeme punkt de hallo wie geht das nicht hallo at forex pro minus systeme punkt de schickt mir bitte eine mail mit euren fragen dazu auch wenn jemand nach lohr oder nach göttingen kommen will oder sonst irgendwas schickt uns im mail mit einer telefonnummer dazu ich rufe euch zurück dann besprechen wir die einzelheiten jetzt mal schön mit uns kann man über alles reden wenn der umsatz stimmt wenn ihr keine weiteren fragen auftauchen und ihr vielleicht dachs und co und so weiter verstanden habt alles gut das freut mich umso mehr dann kann ich mich jetzt ein bisschen kann mir jetzt ein bisschen mit meinem hund die füße am strand am strand vertreten und ein bisschen luft holen von den vielen sabbeln und mich in sand setzen und kaffee trinken bitte alles andere im e mail verkehr und den rest klären wir am telefon oder vielleicht wenn wir den ein oder anderen in lohr oder in göttingen die nächsten tage sehen die im sinne jetzt für die die euro pro lausende service paket gebucht haben was wir übrigens auch machen können über die rabattaktion morgen und übermorgen früh morgendliches webinar mit einem tagesausblick um 7 45 beide tage finden die webinare statt ansonsten findet ihr alles andere bei uns im shop und ich sage damit danke an den nelsen und danke an fx und danke an euch dass ihr so zahlreich euren kleinen hintern so früh aus dem bett gequält habt ne wir danken dir torsten für das webinar heute für die ausführungen vielen dank an die teilnehmer fürs dabei sein sehr schön dass immer so viele so früh am morgen dabei sind hat natürlich auch was mit dir zu tun torsten und ich wünsche ja ich glaube schon ich wünsche allen einen erfolgreichen und schönen tag bis zum nächsten mal wie gesagt donnerstag gefällt das verbinde aus und bis dahin passen sie auf jeder position auf und ja alles gute bis dann tschüss zusammen